So, heute geht es bei uns in der Küche der Lebenshauswerkstatt mal darum, um das Thema Dörren. Wir haben uns hier ein schickes Dörrgerät mal gekauft. Das ist solch ein Gerät und hat insgesamt, was haben wir hier, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs Möglichkeiten, hier Dörrstufen einzulegen. Das Ganze ist ein elektronisches Ding, ist jetzt kein Solar-Dörrgerät. Da könnten wir eigentlich auch unsere Thermokammer von der Biogasanlage auch benutzen. Aber wir haben uns jetzt mal hier entschieden für dieses Dörrgerät und gucken einfach mal, was kann das Ding, was machen wir da für Erfahrungen. Und aktuell ist ja Apfelernte, wir haben es Herbst. Und ja, wir haben einfach hier mal die Schalen von dem Apfelbaum aus unserem Garten einfach mal aufgelegt, weil wir die Äpfel zu Apfelmus weiterverarbeitet haben. Und jetzt ist natürlich so die Frage so, ja, wie macht sich das, wie fühlen die sich an? Also man merkt, das Wasser geht raus und es bleibt wie so ein harziger, harziger Apfelschale zurück. Und spannend sind auch diese, diese Matten, die hier dabei sind, die sind sehr gut, weil darüber auch einfach das Dörrgut da richtig schön locker aufsitzt. Ja, also wir haben ja da bereits mal hier diesen Birkenporling auch gedörrt da drauf. Sehr gut, ganz spannende Sachen, die da drin sind. Und haben auch hier oben zum Beispiel für die Waschmittelherstellung Rostkastanien eben auch nochmal gedörrt damit. Ging alles wunderbar mit diesem Dörrgerät. Ja, genau, also die Äpfel. Wir nehmen einfach mal eine und schmecken mal. Oh, also man merkt, hier ist eine komprimierte Süße da. Sehr angenehm, ganz weich und eher zart. Hm, also fast schon wie ein Bonbon von der Süße. Intensiv. So, noch eins. Hm, und knusprig auch. Also, hm, sehr lecker. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte eher so einen fahleren Geschmack erwartet, aber nicht so süß. Also, bin ich, ähm, bin ich erstaunt darüber, weil Apfelschalen schmecken eigentlich so, nicht so süß, wie sie hier jetzt rüberkommen. Also, man merkt, ähm, diesen, diesen fast harzigen, ähm, ähm, äh, ja, ähm, Patina, die jetzt hier übrig bleibt. Also, kann man sehr empfehlen. Apfelchips für den Winter. Hm, also, merke ich. Ich merke jetzt so, ne, als Handwerker kriegt man da so ein bisschen einen Zucker-Push. Äh, da sind tolle Inhaltsstoffe drin. Genau, haltbar machen, nicht wegschmeißen, ähm, gibt was Gutes. Von daher, das ist mal ein kleiner Videobaustein aus der kleinen Küche der Lebenshaus-Werkstatt. Macht's gut und viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!